Omi Reward Season 2 startet schon in wenigen Tagen und die erste läuft nun aus und wir schauen uns die wichtigsten Details dafür an. Außerdem droppt ein neues Star Wars Comic auf der Vivi App, welches wir uns unter anderem auch nochmal genauer ansehen, sowie auch den Omi Kurs und eine sehr coole Aktion auf BitGate, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Das nächste Star Wars Comic kommt unter anderem raus und zwar nämlich Darth Vader. Hashtag 1 und das Ganze wird hier am Mittwoch um 16 Uhr deutscher Zeit droppen, natürlich wie immer mit 5 Cover Varianten und diese schauen wir uns jetzt auch direkt einmal an. Das Ganze hier einmal mit der Common als erstes, dann haben wir hier natürlich wie immer auch eine Uncommon sowie eine Rare und natürlich auch eine Ultra Rare wie auch eine Secret Rare. Für mich persönlich sind die Cover auf jeden Fall schon mal sehr sehr cool, ich denke aber nicht, dass das Comic hier außergewöhnlich krass durch die Decke gehen wird, von daher halte ich mich bei dem Drop auch zurück, aber ich werde es mir auf jeden Fall im Nachhinein holen. Schauen wir uns nochmal die ganz kurzen Drop Details an, das Ganze wird 7 Dollar kosten, das Ganze wird insgesamt nur 5000 Editions haben und die First Available Mint ist hier die 158. Außerdem muss ich dazu sagen, wir können ja in diesem Video tatsächlich uns nicht die Go Collect Daten dazu anschauen, da Go Collect zu diesem Moment jedenfalls down ist und ich deswegen für euch leider keine Daten dazu bereitstellen kann. Das tut mir leid an dieser Stelle, ich hoffe, dass es im nächsten Video wieder klappen sollte, falls ich euch Comics vorstellen sollte. Kommen wir zu Omi Rewards Season Nummer 1 und auch 2, denn es wurde jetzt hier ein Artikel gelauncht, wo erstmal erklärt wurde, was jetzt eigentlich mit der Rewards Season 1 passiert und welche Leute da eigentlich jetzt was bekommen und ich würde sagen, das schauen wir uns auch direkt mal an, die Omi Rewards Season 1 endet jetzt am 31. März und die Season 2 startet am 1. April und läuft dann das gesamte Q2. Das Interessante hier ist tatsächlich auch, dass man wahrscheinlich diese Omi Token wirklich die ganze Zeit auf der App halten muss, also insgesamt 3 Monate, ein Quartal, um dann hier auch wirklich Benefits zu bekommen, so verstehe ich es jedenfalls hier aus dem Artikel. Schauen wir uns aber an, was gibt es denn jetzt hier eigentlich für einen interessanten Reward für die Leute, die im letzten, beziehungsweise in diesem ersten Quartal jetzt auch hier die Omi Token in der App gestaked haben und das ist wirklich äußerst, äußerst cool. Leute, die jetzt in Season 1 Omi Token in der App gestaked haben, haben die Möglichkeit, Bronze Tickets nach dem 31. März, beziehungsweise am 1. April dann zu bekommen. Diese können dann unter anderem eingelöst werden gegen mehr MCP-Punkte. Insgesamt wird ein Bronze Ticket 15 MCP-Punkte wert sein, was finde ich erstmal jetzt ein bisschen klein klingt. Wir werden aber sehen natürlich auch, wie viele Tickets man denn eigentlich zum Beispiel für eine Million Omi Token, die man in der App gestaked hat, wirklich bekommt. Das könnten sehr, sehr viele sein, das könnten aber auch nur sehr, sehr wenig sein. Da würde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn wir dazu weitere Daten am 1. April haben. Und außerdem werden alle Leute, die jetzt auch in Season 1 gestaked haben, ein Collectible bekommen, beziehungsweise einen exklusiven Airdrop. Der ganze Airdrop hier wird mit drei Collectibles kommen, das heißt wahrscheinlich Minimum Amount von einem Token, dann vielleicht eine Million und dann zehn Millionen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Wir haben hier zum Beispiel auch ein Beispiel. Leute, die 175 Bronze Tickets bekommen haben, werden insgesamt zwei Collectibles bekommen und Leute, die 350 bekommen haben, diese werden dann sogar alle drei Collectibles bekommen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Hier auf jeden Fall natürlich auch die zu belohnen, die sehr, sehr viel auch in der App gestaked haben. Insgesamt eine sehr, sehr nice Aktion. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, welche Collectibles das dann sein, wenn die gedrehtdroppt werden. Und natürlich auch, wie wir Omi Token insgesamt in der App staken müssen, um dieses Maximum Amount von Bronze Tickets auch wirklich zu bekommen. Da dieser ganze Artikel doch relativ komplex ist, meiner Ansicht nach und alles jetzt zusammenzufassen, relativ schwierig ist und einfach eine Menge Zeit frisst, werde ich euch den natürlich wie immer unten verlinken, damit ihr auch das Ganze nochmal für euch eigenständig gegenchecken könnt. Kommen wir zum Omi Token. Es gibt hier nämlich auf Bitgeld eine neue Aktion und zwar nämlich die Candy Bomb. Hier wird es 35.000 Dollar in Omi als Rewards geben für Leute, die an einem bestimmten Prozedere Zeit nehmen. Und das werde ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich werde euch natürlich auch wie immer hier diesen Artikel dazu verlinken. Und zwar müsst ihr über diesen Link, den ich euch auch unten in die Beschreibung packe, anmelden und dann im Prinzip hier über das Bitgeld Event Candy Bomb teilnehmen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, dann einmal über Omi Spot Trading Pool, wenn ihr mehr als 100 US-Dollar für Spot Trading Volume im Prinzip verwendet, dann habt ihr hier die Möglichkeit auch Tickets zu bekommen, womit ihr dann wiederum einen Omi Airdrop bekommen könnt auf der Plattform. Das Ganze geht auch nochmal für Net Deposit Trading Pool. Wenn ihr mindestens 30 US-Dollar in irgendeinem Token sozusagen auf die Plattform holt, dann bekommt ihr hier auf jeden Fall bis zu 4 Tickets, je nachdem natürlich wie viel US-Dollar ihr dann wirklich aufladet. Und damit bekommt ihr dann wiederum auch einen Token Airdrop. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Insgesamt bin ich auch selber gepartnert. Solltet ihr euch auch anmelden wollen, dann könnt ihr das gerne unten in der Videobeschreibung über meinen Link tun, mich supporten. Ihr bekommt außerdem noch einen kleinen Rabatt und ich bin überzeugt, dass das euch auf jeden Fall auch hier einen guten Start in die Plattform bieten sollte. Kommen wir zu Vivi Comics. Hier gibt es ja wohl auch immer einige Probleme in der App selbst, beziehungsweise auch mit dem Ausliefern ETC. Dort gab es unter anderem jetzt auch nochmal ein Statement vorgestern Abend und dazu schreiben sie auch Also sind auf jeden Fall dabei, hier auch einige Orders, die noch ausstehen, auf jeden Fall auszuliefern. Und das große Problem, was auch teilweise ist, dass einige Comics tatsächlich gekauft wurden, die Limited Editions, und diese tatsächlich aber eigentlich schon sold out war. Das Geld wird euch natürlich zurückerstattet. Die Comics bekommt ihr natürlich nicht, da diese natürlich limitiert sind. Aber Geld sollte dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen oder Wochen wieder bei euch auf dem Konto sein. Es gab außerdem nochmal ein kurzes Interview von MyCollectibles und auch Mitch, dem Product Director von Vivi. Und hier wurden natürlich auch nochmal einige Fragen zu Vivi Comics gestellt. Und diese werde ich euch jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Der erste Punkt, den ich persönlich auch sehr, sehr gut fand, Mitch, ist auch sehr, sehr kritisch mit dem Launch umgegangen. Also er hat selber gesagt, wir hätten das auf jeden Fall besser machen können. Was für mich auf jeden Fall erstmal ein gutes Zeichen ist, dass sie hier Einsicht zeigen und ich sage, ja, ist ja alles super gelaufen. Sondern sie sehen hier ein, es ist nicht alles super gelaufen und sie hätten auf jeden Fall einiges besser machen können. Und wie man so schön sagt, Einsicht ist auf jeden Fall der erste Weg zur Besserung. Zu dem Post davor hat er außerdem gesagt, dass natürlich noch einige Probleme bestehen, viele tatsächlich jetzt aber auch gelöst sind. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall auf einem guten Weg, das Ganze wirklich ordentlich zum Laufen zu bringen. Solltet ihr Probleme mit euren Orders haben und es ist bisher nichts passiert, also ihr habt keine Meldungen von Vivi bekommen, dass ihr eine Rückerstattung bekommt, etc. Dann geht gerne auf den Vivi Discord und schreibt dort ein Ticket, um dort natürlich auch aufmerksam auf euch zu machen, dass eure Comics nicht angekommen sind. Und dass diese Sachen dann auch wirklich schnellstmöglich gelöst werden können. Da viele Leute außerdem gefragt haben, wann denn jetzt eigentlich momentan immer diese Comic Drops auf Vivi Comics stattfinden. Die Drops finden immer Mittwoch um 18 Uhr deutscher Zeit statt. Das heißt, dann könnt ihr sozusagen die neuen Comics kaufen. Finde ich persönlich auch eine sehr, sehr gute Zeit für uns Deutsche. 18 Uhr ist, denke ich, für jeden machbar. Und kommen wir nochmal ganz kurz auf den Omi-Token zu sprechen. Dieser ist momentan 0,1% in Minus in den letzten 24 Stunden. Und wir haben hier insgesamt auch im gesamten Kryptomarkt auf jeden Fall einen guten Rücksetzer gesehen. Und das hat sich natürlich auch auf den Omi-Token ausgewirkt in diesem Fall. Derzeit befinden wir uns tatsächlich in einem sehr interessanten Punkt. Wir haben hier nämlich unter anderem die letzten Lows gehabt. Und sollten wir die tatsächlich brechen mit einer ordentlichen Candle, mit einer geschlossenen Candle unter diesem orangenen Bereich, dann sehe ich persönlich den Token sogar möglicherweise ein neues Low machen. Das wird wahrscheinlich aber wirklich nur von kurzer Dauer sein, denn wir werden dann hoffentlich im Weekly Chart so eine Candle sehen. Das heißt, eine ordentliche Absorption vom Markt und dann anschließend natürlich auch einen Pump nach oben. Das Ganze hängt jetzt aber wirklich hier von diesem Level ab. Sollten wir nicht in den nächsten Tagen auch im gesamten Kryptomarkt einen Pump sehen und uns wieder über dieses Level hier retten, sehe ich den Token, sollte er hier runterbrechen unter diesem orangenen Bereich mit einer geschlossenen Candle, dann auf jeden Fall auch nochmal hier unten möglicherweise in diesem Bereich. Das Ganze wird wahrscheinlich dann aber auch wirklich das allerletzte Mal sein, dass wir dieses Level überhaupt sehen werden. Ich empfehle euch auch sehr, das Video mal von Johns Cryptotherapy anzuschauen, sein letztes Video. Ich werde es euch auch unten verlinken. Das zeigt auch nochmal ganz gut, welche möglichen Level hier auf jeden Fall nochmal angelaufen werden könnten und wie sich der Markt dort möglicherweise verhalten könnte. Dementsprechend, ich bin persönlich weiterhin sehr positiv gestimmt. Ich werde persönlich diese Levels hier auch gerade nochmal nutzen, um weiter nachzukaufen. Und dementsprechend schreibt mir auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, wie ihr das momentan seht. Seid in Panik oder sagt ihr ganz entspannt, das Ganze wird schon werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und das war es an dieser Stelle jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.